Lampukistan Gaming ist hier! Wir sind zurück! Der Bestienmeister ist zurück! Und heute starten wir die Nebenmission beziehungsweise wir enden die Nebenmission die wir schon angefangen hatten die da heißt schlechter Empfang denn jetzt können wir uns nämlich dieses Fahrzeug hier schnappen und ne das hier machen wir? Genau und können über diese können über diesen Abgrund hier jumpen denn da müssen wir rüber und dann hier links sehr gut das hat vorher nämlich nicht geklappt ok hier müssen wir hin Da unten muss irgendwas sein! Versuch mal die Bodennucke zu öffnen! Hm Das ist nicht möglich, Herr? Irgendwie muss man das Ding doch aufkriegen! Ok, ähm Granate? Hä? Mit unserem Mega Jump hier wahrscheinlich, ne? Wir versuchen das einfach mal Und da gehen wir die Richtung hier rum Genau, das werden wir tun Pass auf Wir gehen hier hoch Wir gehen hier hoch Wir looten die Toilette Und Und Zack Sehr schön Oh shit, was ist das? Das ist der richtige Einsteller Jawohl, der Psygel ist platt Wir haben eine richtig coole Bumme eingesackt hier Ok, ok, so Ein Drahtbügel Oh, ein Kleiderbügel? Ja, das hätte etwas Rustikales Oder etwas Rustiges Ok, war eine coole Waffe Wir haben Die Anzahl der Munitionen Umfasst auch das Magazin Die Waffe überhitzt nur Also sprich, die hat Upsa Die hat faktisch ein Unendliches Magazin Das ist richtig cool Davon gibt es wohl einige Waffen in diesem Spiel Ähm So, da hinten kommen wir glaube ich eben mit dem Fahrzeug nicht weiter Deshalb Laufen wir einfach mal ein Stück, ne? Gehen wir hier durch Oh Ähm Das Leben holt besser ich Schauen wir mal kurz Ja, kann man machen, wir tun das Wir können jetzt im Fahrzeug zurück teleportieren Normalerweise Vakital Ok, die Viecher sind auch wieder da Oh shit Mega lag Oh, die haben Level 6 Ok Oh, die sind immer noch Level 7, sehr schön Wir haben Level abgefahren Cool, cool, werden wir gleich leveln Machen wir erstmal hier die Was ist das hier? Oh ja, da ist schon der Ausgewachsene entstanden Sehr gut Weiß sammeln wir nicht ein, ne? Unser Beuteziel ist Minimum Grün Würde ich mal behaupten So, wie war diese Wackip Nein, der ist doch gleich tot Der ist schon weg So So Ja, wo jetzt ist sie überhitzt die Waffe Alright, come on You leveln kurz Ähm Ok, wir haben Den auf Maximum Wir kriegen Bei kritischen Treffern haben wir 36% Chance, dass uns Munition hinzugefügt wird Und wir haben das hier noch, Nachladegeschwindigkeit Ähm, wenn wir einen kritischen Kill erzielen Nachladegeschwindigkeit Das Fügen wir aber hinzu Oh, halt, wir können noch einen passiven Skill einsetzen Pass auf Ähm, und zwar den hier Wandel die Flack Flacks, äh, Racks in Kryo Schaden um Machen wir mal, ne? Ähm, Slot 1 mit X ausgerüstet Sehr schön, passiver Skill Haben wir gemacht Granaten voll Okay So Haben wir hier hoch? Ne, ne? Wir müssen Irgendwie hier Lassen wir unsere Racks wieder ein Oh yeah Die Gegner vereisen Okay Boom Wir müssen uns gleich von unserer Waffen verabschieden, weil wir haben keine Mum mehr Haben wir eigentlich kein Schild, doch der ist nur aufgebraucht Munition brauchen wir hier, Freunde, Munition Na, war nix Oh nix, er sammelt wenigstens, äh, doch ein bisschen haben wir gekriegt, äh, automatisch ein Joa, jetzt diesen dummen Racks, ey Wieso fackeln die denn so, was ist das denn, Alter, sind das für... Schock-Racks, Alter Du weißt, dass du darauf flittern kannst, oder? Ja, 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 ja Wo ist die Antenne? Die ist irgendwo hier oben Ähm, hier ist er Nichts geht über einen Clip-Trap-Klassiker Eingetragene Marke Dann gehen wir's auf Jetzt Versuchen wir, ähm Oh, das Menü hängt ab und zu noch richtig, ne? So, wir versuchen jetzt zu unserem Fahrzeug Kann man eigentlich... Yeah, Baby So reist man schnell in diesem Spiel Okay, wo müssen wir hin? Drehen wir mal die Map Wir drehen hier um Und fahren hier hoch Ah, hier rechts Und dann links Genau, das sieht gut aus Oh, da links ist noch was Was ist hier los? Wer bist du? Ein freundlicher Gruß ist irgendwie verdächtig Keine Sorge, Kumpel Ich halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern Ich brauche diese Metallkopfbedeckung Oh nein, nein Ich könnte mich nie davon trennen Jetzt nicht Du musst erst die Schüsseln zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören Sie senden Stimmen in mein Gehirn Du hast den Mann gehört? Zerstöre diese Sendeschüssel Ich brauche diesen Hut Sendeschüsseln, okay Ah, ich spüre wie die Gedankenkontrolle nachlässt Okay, und jetzt? Jesus, da oben ist noch eine Die kriegen wir nicht Was ist denn hier? Haben wir einen Sniper Rifle? Das wäre jetzt extrem hilfreich Pass auf Haben wir nicht Shit Okay Das ist schlecht Haben wir irgendwas mit Zielfern raus? Schauen wir mal kurz Drüber Wechselt vollautomatisch Das sieht alles nicht gut aus Wollen wir nehmen die hier nochmal Mit den Zip-Raketen Vielleicht können wir mit denen irgendwie was ausrichten Pass auf Ist das Ding soweit? Jawohl Wir müssen da oben noch eine vernichten Und zwar ist die da Mal gucken, ob das reicht Ne Dabei gehen die Projektile nicht mal, ne? Okay, kommen wir an die Raketen Ne Shit, wie kommen wir da hoch? Komm, wir gehen ein bisschen näher Jawohl Easy going, ne? Wir rüsten kurz eine andere Waffe wieder aus Ähm Die blaue nehmen wir, wa? So, okay Ja Frei von diesen schrecklichen, beruhigenden Stimmen Endlich kann ich das Hauttärtchen sein Waaaaaah Alter, oh shit, wir müssen ihn töten Jawohl So, was fehlt uns noch? Mit dem Hut wäre ich in aller Munde Dann könnten die schnöseligen Aristokraten mich nicht mehr von ihren feinen Galas verbannen Hahaha Alter Der Typ Okay, wir müssen noch Eine Hütte durchsuchen Fahren wir mal die Richtung Ähm Da hoch, oder? Jo, hier linke Seite und dann da hoch Gucken wir mal Ah, da ist die Hütte Okay Okay Oh, was ist das? Schön, dass du wieder da bist Oh Schmeißen da mal eine Net rein Pass auf Jawohl Geiler Move Badass Tink Oh, die Wumme ist cool hier Jawohl Oh, die blaue Waffe getroppt Blaue Schotze 6x6 36 Gleicher Schaden Ähm Regenschirm Was ist denn hier so laut? Dieser Schirm wäre so praktisch, wenn es auf Pandora hüpfen würde Guck mal dieses Fahrzeug hier Wir haben zwei Revolver ausgerüstet Das geht natürlich nicht Ähm, pass auf, wir nehmen die Shotgun Na? Wir machen den mal hier weg Was hier noch so ist Claptrap Gibt Claptrap die Objekte Wir machen einfach hier ins Menü Und teleportieren uns mal hier zu Claptrap würde ich sagen Beziehungsweise zum Schnellreisepunkt So Geht auf der Map natürlich sehr schnell Wie ist Respawnern auch, weil man stirbt Sehr gut gelöst Okay Ab in seine Richtung und gucken was er uns anbietet Für unsere treue Hilfe Da oben steht er Er wartet schon auf uns Pass auf So So Okay, was hat Mission abgeschlossen Ein schlechter Empfang Wir können ihn jetzt aber noch ändern Das machen wir noch kurz Und zwar den Kleiderbügel Okay, was haben wir noch? Ah nein, Haustier weg da Aus dem Weg Göffel Okay Regenschirm Wann hast du das denn gegessen? Hallo Wut Jawohl Okay, ich würde sagen Das lassen wir Mal so Haben die Mission jetzt endlich abgeschlossen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns In der nächsten Nebenmission wieder Denn wir haben hier unten noch Ah, der springt immer hier mit L2 Irgendwohin Wir haben hier noch Nebenmission Und hier unten haben wir auch noch eine Also wir haben noch ein bisschen was zu tun In dem Gebiet Die Einöde Freunde, wenn euch das Video gefallen hat Lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video Macht's gut bis dahin Ciao und bloß kein Stress Das ist das Das ist das Das ist das